Aus der Kohle wurde jetzt da sitzend im Joss Brandt, aus Belgien, Lorraine Winslet, aus Großbritannien und die Scorn Stage. Und natürlich Helge Borgen aus Norwegen, Norway. Because, of course you also get a present for your jury work. Und ich hole mir nochmal schnell ein Funkmikro. So, just a second, just a second. Olaf, your first time here in the jury. Can we talk a little bit? Not so really. I'm not first time, I'm second time. Because I was in 1996, like a judge here. Okay, nice, sorry. No problem, let's try. So it's your second time. Da war ich noch nicht hier. I just started, I think, six years, seven years ago. Okay, it's your second time. It was 21 years ago. So, did anything change here? Or, do you feel confident? I changed, but I think I don't so much. Okay. But you are so good. Okay, Jos, vielleicht ein bisschen was, ich weiß, wir können auf Deutsch sprechen zusammen. War es eng, eine enge Entscheidung? Mir wurde gerade der Zettel in die Hand gedrückt. Ich muss gleich nochmal genau drauf gucken. So, kind of a tight decision here. Es war schwierig, ja. Es war schwierig, weil manchmal sieht man am Anfang sehr schöne Arbeit, die dann durch das End, die Endarbeit, die zum Beispiel ein bisschen runter geht, aber auch andersrum. So, es war sehr schwierig. Wir konnten nur am Ende eigentlich quotieren, das Gesamtbild quotieren, ja. So, Lorraine told me just before our participants finished here, the focus is on the lips. So, was it really just the lips, which were so important? Yes, it is, but of course the whole impression is very important and it's difficult because the focus is on the lips, but of course the whole thing is important, of course, but the lips is the most important thing. Okay, so, thank you very much, our jury, Cecilia hat gesagt, frag mich, hol bloß nix. Hab ich auch nicht gemacht. Also, dankeschön unserer Jury. Die musste ich gestern schon rachen, bei der Rationalen Länger-Peißer-Schacht. Gut, dann möchten wir jetzt gerne, dass unsere Participants bitte zu ihren Modellen sich dazu sterben. Also, damit wir einmal sehen, wer denn hier für welches Ergebnis verantwortlich zeichnet. Und jetzt schau ich nochmal mal ein Zettel an mit dem Ergebnis. So, um, yesterday, um, we had a very, ja, tight decision, just, um, the, the places, three, two, and one, um, they had a difference of four points. Today, we have a difference of, wow, seven points. So, let me see. The jury has come to a decision and we will start, um, from the third place. So, dritter Platz, dritter Siege, International Make-Up Championship, 2017. 2017, Beauty, 2017 in Düsseldorf, kommt aus Russland, Ekaterina Konkova, third place. Come on, come and drop it, thank you. Congratulations. Hey, she's happy. So, und es gibt natürlich nicht nur eine Urkunde und einen Pokal. So, Katharina, you not only get a certificate and a cup, you also have a nice envelope. And, you know, in your envelope, there's 1,000 Euro. So, congratulations. Okay. Ekaterina Konkova, third place, bitter Platz. Okay. Unserer internationalen Make-Up Championship Meisterschaft. Good. Und wir kommen zu unserem zweiten Platz, second place. So, Ekaterina, you have 146 Points, so 146, and our second place has 152. Also, the difference of six points, six Punkte Unterschied, 152 Punkte darf sich freuen über den und zweit Platz, second place, from Slovakia Republic, Veronika Porupska. Congratulations. Congratulations. Okay. Okay. Okay, in the second place, congratulations! Veronica Poropska. So I hope your batteries don't go low. So you're filming all the time. So I better hurry up. Because right now we have our winner, our first place. And here are the cameras. And hopefully, no one knows who it will be. And of course, we hope that those are very special. Of course, we hope that our first winner will be very happy. So just the difference in the difference of one point. Remember, the second place, Veronica, we had 152 points. And the first place with 153 points. So just the difference of one point. Congratulations! The winner of the International Makeup Championship 2017 at the Beauty. Here in Düsseldorf. Herzlichen Glückwunsch. Erste Siegerin. Internationale Makeup Meisterschaft Beauty 2017. Ich kann's selbst kaum glauben. Jennifer Majewska aus Deutschland. Komm her. Ich merke, ich merke es, ah, sie zittert, sie zittert. das soll dein preis sein du bekommst jetzt noch mal die hand geschüttelt gestern war es ja so und ich mache auch noch den fehler und fragt doch im vorfeld ob wir das schon mal erlebt haben und ich muss natürlich hier direkt dann auch noch mal du kriegst natürlich hier erstmal noch mal deine rüber zu der fotoecke mit dem beauty logo im hintergrund also mit einem punkt vorsprung 153 zu 152 noch mal zur erinnerung die jury sitzt nicht zusammen und steckt die auf unserer international besetzte jury und steckt die köpfe zusammen sondern jeder hat natürlich seinen eigenen bewertungsbogen auf dem er die kriterien entsprechend eingibt nach dem druck von gestern haben wir noch mal ein bisschen druck heute drauf geladen und als sie vorhin gesagt hat sie hat gestern noch gar nicht wirklich gefeiert und konnte das noch gar nicht genießen glaube ich wird das heute eine umso größere party hey jennifer kann ich auch ein bild von dir bekommen jetzt musst du trotzdem ein paar worte musst du noch sagen du wirst natürlich keine dankesrede vorbereitet haben kommt mir was anders aus wie sieht es in dir aus gerade wenn wir mal kurz in deinen kopf reinschauen könnten oder in deinem bauch oder wo auch immer ich denke ich glaube dass ich zwei pokalen aus muss und ich muss mehr recken geben für spiegelgraden da kannst du den preis leider nicht angehen oder ich glaube das kriegen wir irgendwie in den ostberlin bist du richtig und ich hoffe du machst natürlich eine ganz große story zu hause daraus dann sie erst in einen pokal da ist ja noch einer so sehen sieger aus dritter platz weiter platz und erster platz herzlich willkommen